Es ist eine ganz besondere Ehre, euch begrüßen zu dürfen. Geschwister, verbunden im Herrn durch das Blut, das er am Kreuz vergossen hat. Ganz herzliche Grüße aus der Gemeinde, der Evangeliumchristengemeinde von Bernberg. Und freue mich, heute mit euch etwas sehr, sehr Wichtiges teilen zu dürfen. Das Wertvollste, das Gott uns hinterlassen hat und das ewig werden wird. Es wird nichts von dem Wort vergehen, das er hinterlassen hat, um sich zu offenbaren, um uns zu zeigen, wer er ist, wie er ist, was er macht und die großen Fragen zu beantworten. Die Menschheitsfragen sind ja immer die, woher kommen wir, was machen wir eigentlich hier und wohin gehen wir. Das fragt jeder, ob es ein Kind ist oder ein Erwachsener ist und er hat seine Antworten. Wir suchen die Antworten in der Bibel. Ich sollte mich ganz kurz vorstellen, mein Name ist Viktor Penner. Ich bin verheiratet, wir haben drei Kinder. Die jüngste, die ist jetzt 18, die älteste ist 27. Und die kleine, die ist jetzt noch in Malawi, in Afrika, da für ein FSJ-Jahr. Und die älteste, die ist am Arbeiten. Mein Sohn studiert in Stuttgart. Also von daher, wir sind so ein bisschen verstreut in der Welt. Ich freue mich, dass wir verbunden sind. Ich gehöre zur Gemeinde der Evangeliumchristen am Bernberg. Und bin auch sehr, sehr froh, mit euch einen besonderen Text zu teilen. Dieser Text war Petrus sehr, sehr wichtig. Und Petrus hat ihn geschrieben in seinen letzten Atemzügen. Ich sage es jetzt einfach mal so. Aber wir kommen gleich zu dem Inhalt. Bin sehr begeistert von dem, was hier gemacht wird. Also die Einrichtung ist sehr, sehr genial. Und wer immer das macht, Gottes Segen dir, das ist etwas Außergewöhnliches. Dass man auch in dieser Form, ich sage mal, den Gottesdienst präsentiert, auch in Erinnerung hält, wenn man nachher vielleicht auch beim Mittagessen darüber sprechen kann. Unser Text, der steht ja darunter. 2. Petrus vom ersten Kapitel, die Verse 16 bis 21. Es ist eingeblendet. Ich werde manchmal nach hinten schauen, weil ich nicht alle so im Kopf habe. Danke euch an die Technik. Denn wir sind nicht klug ersonnenen Legenden gefolgt, als wir euch die Macht und die Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus wissen ließen. Sondern wir sind Augenzeugen seiner herrlichen Majestät gewesen. Denn er empfing von Gott, dem Vater, Ehre und Herrlichkeit, als seine Stimme von dem hoch erhabenen Herrlichkeit an ihn erging. Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und diese Stimme hörten wir vom Himmel her ergehen, als wir mit ihm auf dem heiligen Berg waren. Und nun kommt er zu einem wichtigen Punkt. Der wichtige Punkt beginnt jetzt erst, weil das die Zusammenfassung seiner ganzen Aussage ist. Und es ist eigentlich der Kern auch seines Briefes. Und so halten wir nun fest an dem völlig gewissen prophetischen Wort. Und ihr tut gut daran, darauf zu achten, als auf ein Licht, das an einem dunklen Ort scheint, bis der Tag anbricht, der Morgenstern aufgeht in euren Herzen. Dabei sollt ihr vor allem das erkennen, dass keine Weissagung der Schrift von eigenmächtiger Deutung ist. Denn niemals wurde eine Weissagung durch menschlichen Willen hervorgebracht, sondern vom Heiligen Geist getrieben, haben die heiligen Menschen Gottes geredet. Ich möchte einsteigen mit einer kleinen Geschichte. Sie soll das Ganze ein wenig umfassen und uns den Grund, das Ziel dieses Textes sagen. Sie kommt aus dem Lukas-Evangelium. Und Lukas war ja bekannt dafür, dass er viele, viele Geschichten geschrieben hat. Also es waren Ereignisse von Jesus. Es waren Gleichnisse, die Jesus gebracht hat. Und er hat sie alle gesammelt. Er hat sie zusammengebracht, einen dicken, dicken Brief geschrieben und hat sie seinem Freund Theophilus hingeschickt. Ich bin immer begeistert, dass jemand so viel für seinen Freund machen kann, wie viel er geschrieben hat. Und das waren so Geschichten, die einfach wunderschön sind. Wenn wir von Jesus, der als Baby in einem Stall geboren ist, lesen. Wenn wir von dem barmherzigen Samariter, der einen, der fast tot war, auf einem Esel dann rettet und irgendwo in eine Herberge bringt. Wenn wir lesen von dem Pharisäer und dem Zöllner, die zusammen beten, wie sie beten. Wenn wir die Geschichte lesen von dem verlorenen Schäfchen, das zum Glück gefunden wird. Die Geschichte vom verlorenen Sohn, der zum Glück den Weg nach Hause fand. Und eine Geschichte, die ist ganz besonders, weil sie die Ewigkeit zeigt. Einen Blick in die Ewigkeit und Jesus hat sie erzählt. Es gab einen Reichen und es gab einen Armen. Der hieß Lazarus. Und die wohnten wohl scheinbar sehr nah miteinander verbunden, irgendwo zusammen. Und Lazarus war sehr krank. Die Geschichte ist in Lukas 16, Vers 19 und so weiter beschrieben. Dieser Lazarus, er war arm, superarm. Er lebte im Dreck. Und er hatte nichts, außer wahrscheinlich seinen wenigen Kleidern an sich. Er war hungrig. Und er ernährte sich von dem Müll und von den Essensresten eines Reichen, bei dem er dort in der Nähe wohnte. Und irgendwann mal starb er an seiner Krankheit. Und Jesus sagt an dieser Stelle, und er wurde von den Engeln in den Himmel getragen. Der Reiche lebte weiter. Und in Saus und Braus, ihm ging es gut. Und irgendwann mal, wie jeder Mensch, starb auch er. Und Jesus sagt, und er wurde begraben. Nun erkennen sich diese beiden im Himmel wieder. Erstaunlicherweise. Nur jetzt sind die Rollen komplett vertauscht. Lazarus, dem es vorher sehr, sehr schlecht ging, der hatte jetzt das Glück eines Menschen, das er sich nur vorstellen kann. Er war, so wie gesagt Jesus, im Schoß von Abraham. Und Abraham war bei den Juden sehr, sehr etwas Besonderes, weil das war eben der Vater, der Anfang Israels und so weiter. Und sie waren in Disput. Und dieser Reiche, der erlebte jetzt unglaubliche Qualen. Und er spricht mit Abraham. Vater Abraham, bitte, lass doch Lazarus kommen und mir ein wenig helfen in meinen Qualen. Abraham sagt, geht nicht. Bitte, lieber Vater Abraham, schick ihn doch wenigstens zu meinen Geschwistern. Ich habe fünf Brüder und sie sollten Buße tun, sonst werden sie auch an diesen Ort kommen und werden genauso diese Qualen erleiden wie ich. Und Abraham sagt, das wird nichts bringen. Die sollten auf Mose und die Propheten hören. Nein, nein, lieber Vater, Abraham, bitte, schick sie dorthin, wenn jemand aus den Toten auferstehen würde. Dann würden sie darauf hören, denn das ist etwas Besonderes. Er sagt, das wird nicht funktionieren. Wenn sie nicht auf Mose und die Propheten, also sprich auf die Schriften, die damals bekannt waren, hören, werden sie nicht darauf hören, wenn selbst ein Toter auferstehen würde. Die Geschichte endet damit, aber nicht wirklich. Es gibt interessanterweise, und jetzt könnte man natürlich auch mal fragen, wer weiß denn, ob es noch einen Lazarus gab. Denn es gab oder gibt in dem Evangelium genau zwei Lazarus. Diesen und noch einen. Und die zweite Geschichte ist erstaunlich nah an dieser. Ihr kennt sie, oder ich denke mal, jeder kennt die Lazarus-Geschichte. Jesus hatte einen guten Freund. Sie haben manchmal miteinander Kaffee getrunken und was auch immer, ich sage es jetzt mal so lapidar, sie waren zusammen und sie waren gut befreundet, so steht es in den Evangelium, und dann wurde er krank. Lazarus starb an seiner Krankheit. Jesus konnte zur Trauerfeier erst am vierten Tag kommen. Und er begegnet der weinenden Martha und sagt zu ihr ein Wort, das eigentlich sehr bekannt ist. Er sagt zu ihr, wer an mich glaubt, wird leben, wenn er auch stirbt. Und dann das Paradoxe gegenüber. Und jeder, der lebt und an mich glaubt, wird in Ewigkeit nicht mehr sterben. Glaubst du das? Und dann hat er ihn einfach so auferweckt, als ob überhaupt nichts gewesen wäre. Ein Mensch, der drei Tage tot war. Und wahrscheinlich haben sie sich sehr froh miteinander zusammengesetzt und haben wieder Kaffee getrunken. Diese Geschichte sollte ja dann etwas ganz Großartiges, Gigantisches ausgelöst haben. Was hat sie ausgelöst? Nun, in Jerusalem haben sich sehr viele reiche und gelehrte Menschen unglaubliche Sorgen gemacht. Sie haben darüber nachgedacht, wie könnten sie Jesus dafür umbringen, dass er das gemacht hat. Es gab sehr viele Neugierige in Jerusalem. Die sind alle dorthin in dieses kleine Dörflein, wo Lazarus gewohnt hat und wollten mal einen sehen. Wer will nicht mit einem Toten mal sprechen? Und was haben dann diese Menschen getan? Sie haben überlegt, wie sie auch diesen Lazarus aus dem Weg schaffen könnten, damit das endlich aufhört. Zusammengefasst, vielleicht sind diese zwei Geschichten, ich weiß es nicht, warum gibt es nur zwei Lazarus in der Evangelie? Warum sind sie so nah aneinander? Warum ist der zweite auferstanden, wo Jesus eine unglaubliche Macht gezeigt hat? Was er kann? Es hat dazu geführt, dass er am Kreuz hing. Und deswegen gilt, zusammengefasst, wenn sie nicht auf Mose und die Propheten hören, nutzt es nichts, dass sogar ein Tod auferstehen würde. Jesus weiß es und er sagt es. Unser Thema ist heute Macht und Wiederkunft unseres Herrn Jesus. Und diese Aussage, die war für Petrus sehr, sehr wichtig. Der Text beginnt damit, Denn wir sind nicht klug, sondern Legenden gefolgt, als wir euch die Macht und Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus wissen ließen, sondern wir sind Augenzeuge seiner herrlichen Majestät gewesen. Er spricht in der Mehrzahl. Nun, er schreibt diesen Brief und er ist ihm sehr wichtig. Wer sind diese Wie, wir Leute? Und warum schreibt er dieses eigentlich an die Gemeinden? Was ist der Hintergrund? Manchmal macht es sehr viel Sinn, einen Text zu verstehen, wenn man schaut, was passiert da eigentlich gerade? Wer ist Petrus? Und Petrus ist uns sehr bekannt. Also sei nur ganz kurz daran erinnert, dieser Petrus war dieser vollmundige, sehr, sehr impulsive Mensch. Er war immer der Schnellste, wenn er eine Antwort geben sollte oder wenn jemand eine Idee hatte, war Petrus immer dabei. Er war der große Held. Wie wir, wie ich manchmal. Und es war so, dass er Jesus sehr geliebt hat. Das hat er mehrmals bestätigt. Und er war so damit beschäftigt, Jesus zu beschützen, dass Jesus irgendwann mal ihm sagen musste, weiche von mir. Satan. Er war so sehr damit beschäftigt, Jesus zu beschützen, dass er im Eifer des Gefechts gesagt hat, und wenn alle, wenn alle von dir weglaufen, ich werde bis in den Tod mit dir gehen. Und es waren nur noch wenige Stunden danach, dass der Hahn dreimal krähen musste, bis Petrus aufgewacht ist und gemerkt hat, was Jesus ihnen vorher noch gesagt hat. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Die Idee dahinter ist, dass wir Menschen mit gutem Willen, mit guten Vorsätzen, Gutes machen wollen, wie Petrus, es aber vermasseln, komplett vermasseln. Ich glaube, mehr als an diesem Abend hat er Jesus nie mehr verleugnet. Aber dreimal, das ist schon ein Ding, oder? Aber er wollte Gutes, er wollte ihn beschützen, er wollte bis in den Tod mit ihm gehen. Und darum, genau deswegen, weil er weiß, dass du sehr schnell abgleiten kannst, mit den besten Voraussetzungen, mit den besten Wünschen, auch in Jesu Hinsicht. Und du wirst weit abdriften vom Ziel und vielleicht alles verfehlen. Er wusste das, das geht sehr, sehr schnell. Und es gab in dieser Situation etwas, das ihn sehr dahin gedrängt hatte. Dieser Brief ist ein Abschiedsbrief. Der allerletzte Brief von Petrus, wahrscheinlich Stunden, Tage, Wochen danach, wurde er hingerichtet. Und das sagt er selber. Ich weiß vom Herrn, dass ich nicht mehr lange leben werde, dass ich das Zelt ablegen werde und beim Herrn sein werde. Und deswegen war es für ihn sehr, sehr wichtig, wenn wir jetzt zwei, drei Verse davor lesen, im zwölften Vers, darum will ich es nicht versäumen, euch stets an diese Dinge zu erinnern. Also offensichtlich haben sie schon darüber gesprochen und er erinnert sie noch einmal, das letzte Mal. Es ist ein Abschiedsbrief. Obwohl ihr sie kennt und in der bei euch vorhandenen Wahrheit fest gegründet seid. Das heißt, diese Gemeinden und Gemeinde war standhaft. Sie war beim Herrn. Aber er sah die Gefahr, es kann passieren, dass ihr sehr schnell irgendwohin abgleitet. Und ich halte es aber für richtig, solange ich in diesem Leibeszelt bin, euch aufzuwecken, indem ich euch erinnere, da ich weiß, dass ich mein Zelt bald ablegen werde, so wie es mir auch von unserem Herrn Jesus Christus eröffnet wurde. Ich will aber dafür Sorge tragen, dass ihr euch auch nach meinem Abschied jederzeit dieser Dinge in Erinnerung rufen könnt. Erinnern, 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 erinnern. Er will sie wachrütteln sogar, wie er sagt. Es geht ihm sehr darum, und wie Petrus so sein Leben lang war, sehr impulsiv, hier ist sehr viel Energie in diesem Brief drin. Sehr, sehr viel Energie, wenn man die einzelnen Begriffe, die er dort verwendet, überhaupt aufgreift. Und er erinnert, was das Problem ist. Und das sind drei Probleme, die er in seinem ganzen Brief, und wir schauen jetzt auf den ganzen Brief, der ist ja nur ganz kurz, drei Kapitel. Von daher dürfen wir auch einfach mal so den Horizont sehen. Er erinnert, dass diese Leute, die falschen Lehrer, wie er sie bezeichnet, euch wegreißen werden. Und es wird ihnen gelingen. Erstens sagen sie, Jesus wird nicht wiederkommen. Warum sollte er? Seit Anfang der Welt ist er nicht gekommen. Es wird ja immer wieder davon erzählt. Aber wo ist er? Und deswegen sagt er, Kapitel 3, diese Leute sagen, wo ist denn die Verheißung seiner Wiederkunft? Kapitel 3, Vers 4. Denn seitdem die Väter entschlafen sind, bleibt alles so, wie es von Anfang der Schöpfung an gewesen ist. Also wird er nicht kommen. Nun, wenn er nicht kommt, hat Jesus keine Bedeutung. Wer ist dieser Jesus überhaupt? Und das ist der zweite Gedanke, der eingebracht wird. Und er spricht von Menschen, die in der Gemeinde sind, die alles mitmachen, aber nicht an Jesus wirklich glauben. Er sagt, sie werden euch erzählen, dass Jesus keine Bedeutung hat. Wer ist er überhaupt? Und warum sollte man auf ihn hören? Er kommt nicht, hat keine Macht, also was soll es? Er schreibt im zweiten Kapitel, direkt am Anfang, die sogar den Herrn, der sie erkauft hat, verleugnen werden. Und sie werden ein schnelles Verderben über sich selber bringen. Und viele werden ihnen ihren verderblichen Weg nachfolgen. Und um ihretwillen wird der Weg der Wahrheit verlästert werden. Das ist die Gefahr. Und die dritte Sache ist, wenn Jesus nicht wiederkommt, wenn der, wer ist er überhaupt? Wenn er keine Bedeutung hat, ist das alles ein großer Quatsch, den euch die Apostel erzählt haben. Es sind Legenden. Und darauf geht Petrus ein, weil das der Kern der ganzen Sache ist. Wir sind nicht klug ersonnenen Legenden nachgefolgt. Wir haben es selbst gesehen. Petrus greift diese drei Dinge auf, die zu den Kern dieser falschen Lehre, die mitten in den Gemeinden entstehen werden, hat er gesagt. Die sind ja noch gut auf dem Wege. Das sind die Verse davor. Aber bleibt dran. Bleibt fest. Und er sagt, wie könnt ihr fest werden? Wie könnt ihr da das Ganze überstehen? Denn es steht ja jetzt eine Aussage gegen die andere. Also die Jünger sagen, oder die Apostel sagen, wir haben es gesehen. Das sind keine Legenden. Und er sagt direkt im zweiten Kapitel, also im Anschluss unseres Textes, es gab aber auch falsche Propheten unter dem Volk, wie auch unter euch falsche Lehrer sein werden, die heimlich verderbliche Sekten einführen, indem sie sogar den Herrn, der sie erkauft hat, verleugnen werden. Wo ist die Wahrheit? Wie willst du unterscheiden? Also der eine erzählt etwas, der andere erzählt etwas. Du musst jetzt eine Gewichtung entstehen lassen. Wie willst du entscheiden? Und das ist der Kern, der Schwerpunkt seiner Predigt, seines Briefes, seiner Abschiedsworte an die Gemeinden. Kenne die Wahrheit. Und drei Dinge setzt er dem entgegen, die er in der Gefahr ganz groß gesehen hat. Und er sagt, sei dir erstens deiner Berufung sicher. Das fängt er direkt, also der Brief beginnt damit, dass er sagt, sei dir ganz, ganz sicher. Du bist berufen, du bist erkauft, du bist erlöst. Du bist ein Kind Gottes. Sei dir dessen sicher und verhalte dich entsprechend. Er sagt, zeichne dich durch Heiligung aus. Kapitel 3. Sehr, sehr groß. Es wird alles vernichtet werden. Wenn, und es geht ja darum, stimmt es, dass Jesus wiederkommt oder nicht. Sollte er wiederkommen, dann wird alles vernichtet werden, denn es hat keine Bedeutung für Gott. Es ist alles das, was Sünde bedeutet. Diese Welt wird komplett verbrannt werden. Und wenn das so ist, wie viel mehr, sagt er, solltet ihr in der Heiligung leben? Zeichne dich durch Heiligung aus. Und drittens, und das ist unser Zeigstens, halte fest am Wort. Halte fest an dem, was gesagt worden ist. Und wir sind ja immer noch in dieser Frage, ja, die anderen sagen aber auch. Die Wahrheitsfrage in der heutigen Zeit ist die wahrscheinlich bedeutendste Frage. Und sie wird so bedeutend, weil wir so viel Information haben können. Du kannst heute innerhalb von Sekunden kannst du Milliarden von Informationen zu einem Thema bekommen. Im Internet ist es möglich. Noch mehr, wir haben die KI heute, also das etwas ganz Neue und großartiger, die künstliche Intelligenz. Vielleicht haben die jungen Menschen sicherlich davon gehört und haben schon damit rumgespielt. Es ist legendär, es ist sagenhaft, was du damit erstellen kannst. Und ich denke, es wird einer der größten Meilensteine der Geschichte bisher sein, der jetzt gerade vor uns ist, dass du künstlich etwas erzeugen kannst, das intelligent ist. Nicht die Atombombe, nicht das GPS, das wird so groß sein, wie das, was jetzt auf uns zukommt. Und die Frage wird immer noch bleiben, wenn du alles simulieren kannst, was ist jetzt noch Wahrheit? Die Frage, die Pilatus damals gestellt hat, wird jetzt die Kernfrage sein, was ist Wahrheit? Wie kannst du sie entscheiden? Und Petrus sagt, es gibt drei Möglichkeiten. Sei dir sicher in deiner Errettung. Lebe ein heiliges Leben. und halte fest an dem Wort. Diese drei Dinge sind der Grundstein des Lebens. Es sind das Fundament, egal wie groß der Sturm ist, es wird das Fundament sein. Und es wird, sagen wir mal, der Anker sein, wenn du in einer stürmischen See irgendwo im Hafen bist. So ein Anker, wenn er im Sand ist, das Boot wird abgetrieben, es wird gegen die Felsen gedrückt. Und das ist die größte Gefahr eines Seglers. Dieses Boot, das ist zerschmettert dann. Du musst wissen, dass du einen festen Grund hast. Dann wird nichts passieren. Und Petrus schreibt das eigentlich sehr, sehr einfach. Das heißt, nach dem Tod Jesu, nach der Auferstehung, nachdem, dass er dort in der Himmelswelt eingegangen ist, nachdem er zur Rechten der Majestät Gottes sitzt, alles übergeben bekommen hat, alle Macht dieser Welt, gibt es noch drei Fragen, die uns überhaupt interessieren sollten. Drei, bis zu seinem Wiederkommen. Seine Macht, glaubst du daran oder nicht? Dass er wiederkommen wird, glaubst du daran oder nicht? Und ist er dein Herr? Diese drei Dinge. Und damit setzt er einen Flock. In 2. Petrus 1, Vers 16 beginnt er diesen Text. Und das ist der Kernpunkt. Halte fest am Wort. Wir sind nicht klug ersonnenen Legenden gefolgt. Und er beginnt jetzt mit der Wahrheitsfindung. Er offenbart den Weg. Wie wirst du sicher sein, dass du der Wahrheit folgst und nicht einen falschen Weg? Suche die Wahrheit. Und er beginnt damit, dass er drei Zeugen aufruft. Und diese drei Zeugen sind sie selber, die Apostel. Wir haben das alles gesehen. Dann sagt er, der Vater vom Himmel hat das selbst noch mal bestätigt. Und drittens, Mose und die Propheten. Die Schriften, die sagen alle was davon. Und bei uns ist es noch ergänzt durch das Neue Testament, das während Petrus diese Abschiedsworte schrieb, gerade so im Entstehen war durch die vielen verschiedenen Briefen. Er erwähnt ja Paulus schon, sodass er ein paar Briefe von Paulus kannte. Und die kamen zusammen, sodass er sich darauf beruht. Es gibt diese drei Basis-Dinge, die dich zur Wahrheit leiten werden. Suche die Wahrheit. Er sagt also wir. Und dieses wir waren die Apostel. Natürlich waren das auch die Jünger. Es gab ja viel, viel mehr Jünger als nur diese zwölf Apostel. Und sie alle waren mit Jesus zusammen. Manche länger, manche kürzer, aber die Apostel selber, die waren die ganze Zeit zusammen. Mindestens drei Jahre folgten sie ihm. Sie haben auf dem Feld mit ihm gegessen. Sie haben die Nächte irgendwo, die kalten oder warmen Nächte, dort auf den Feldern verbracht. Im Garten Gethsemane haben sie mit ihm zusammengeschlafen. Sie haben gesehen, wie Tote auferstehen. Sie haben gesehen, wie Blinde sehen können. Sie haben gesehen, wie Lahme laufen können. Petrus selber ist über Wasser gelaufen. Dinge, die absolut unmöglich sind, haben sie gesehen. Jeden Tag, Tag für Tag für Tag. Sie waren sehr eng mit Jesus zusammen. Und selbst dieses Ereignis, als Jesus ihnen jedem ein kleines Stückchen Knäckebrot gegeben hat, er hat gesagt, verteilt es an diese 5000 Leute, dann haben sie Tonnen von Brot verteilt an diese Menschen. Und alle wurden satt. Sie haben Unglaubliches gesehen. Sie waren mit dem Herrn der Herrlichkeit zusammen. Und eine einzige Sache, die war für Petrus sehr, sehr wichtig. Er erzählt in diesem Brief, in seinem Abschiedsbrief, von nichts, von diesen großartigen, herrlichen Dingen, die er gesehen hat. Kein Ereignis war für ihn so bedeutend, wie dieses eine Ereignis, wo er mit Jesus und Johannes und Jakobus auf einen Bergmal ging. Und dieses Ereignis setzt er dagegen. Wir waren Augenzeugen seiner Macht. Und dann sagt er also, erwähnt es hier, und diese Geschichte war ja etwas sehr, sehr Banales am Anfang. Sie gehen auf einen Berg. Jesus sagt, ihr drei kommt mit mir. Das war das Übliche, dass sie sich dann irgendwo zurückzogen und Jesus betete, sagt der Lukas. Und sie schlafen ein, wie es so üblich bei ihnen war, weil sie müde waren. Und als sie aufwachen in diesem Augenblick, dann sehen sie etwas, was übermenschlich ist. Sie dürfen in die Ewigkeit hineinsehen. Sie dürfen die Welt hinter unserem Vorhang sehen. Die wirkliche, die Wahrheit, die großartige Wahrheit der anderen Dimension Jesu. Die anderen Dimensionen der Welt, der wahren Welt, auf die wir noch warten. All das, was wir hier sehen, ist dreidimensional ein Schatten dessen, was kommen wird. Und er darf dieses eine sehen. Mit Johannes und Jakobus. Und dieser Augenblick, der hat sie so paralysiert, der war so außergewöhnlich, so gigantisch, dass die Evangelien ja sagen, also selbst ihm waren keine Worte mehr eingefallen. Er wusste nicht mehr, was er sagte. Und das muss bei Petrus sein, den wir ja kennen, der immer sehr, sehr schlagfertig war. Der war schneller mit dem Wort da, als die Situation überhaupt da war. Ihm verschlug es, die Sprache. Das war die Situation, die sie jetzt gesehen haben. Die Macht Jesu. Und sie sahen Überwältigendes. Alle vier Evangelien schreiben davon. Die drei, Matthäus, Markus, Lukas, schreiben genau diese Geschichte. Johannes beschreibt sie noch viel größer. Er beginnt sein Evangelium damit und packt die ganze Geschichte dort ein, in das, womit er sein Evangelium beginnt. Im Anfang war das Wort. Und das Wort war bei Gott. Und das Wort war Gott. Das Wesen Jesu. Dieses war am Anfang bei Gott. Jesus, der Ursprung bei Gott. Alles ist durch dasselbe entstanden. Und ohne dasselbe ist auch nichts entstanden, was entstanden ist, bis hin zu dieser Mücke, von der wir gerade gehört haben. Alles. Und das ist das Besondere in dieser Macht, dass er alles kann. Und er hat alles geschaffen. Das ist die Macht Jesu. Und in ihm war das Leben. Und das ist die Bedeutung für uns. Und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht leuchtete in der Finsternis. Und die Finsternis hat es nicht begriffen. Wir merken uns das Wort Licht. Licht und Leben gehören zusammen. Und Vers 14. Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit. In Klammern mit unseren eigenen Augen. Eine Herrlichkeit als des Eingeborenen vom Vater voller Gnade und Wahrheit. Und das sahen sie. Nicht nur an diesem einen Tag, wo es so super, super außergewöhnlich war, wo sie Gottes Wirklichkeit gesehen haben, sondern jeden, jeden Tag. Er schreibt es noch begeisternder, noch intensiver in seinem ersten Brief, den Johannes geschrieben hat. Der erste Brief beginnt genau dasselbe noch einmal, in anderen Worten. Das ist das Schöne an diesen zwei Briefen. Da weiß man, okay, das wird mit Sicherheit von Johannes wirklich sein. Was von Anfang an war, was wir gehört haben, unsere Ohren, was wir mit unseren Augen gesehen haben, Augenzeugen, was wir angeschaut und was unsere Hände betastet haben, gehört, gesehen, betastet. Sie haben all dieses erfahren mit allen Sinnen. Und das Leben ist erschienen und wir haben gesehen und wir bezeugen und wir verkündigen euch das ewige Leben, das beim Vater war und uns erschienen ist. Damit nicht genug, er wiederholt es noch einmal, damit sie es wirklich begreifen. Was wir gesehen und gehört haben, das verkündigen wir euch. Das sind die Augenzeugen. Nun, das ist die Wahrheit Nummer eins, wenn die sagen, das reicht nicht aus. Ihr habt dieses gehört und wir haben es nicht nur gehört, sondern gesehen und wir haben ihn betastet. Petrus sagt, wir sind Augenzeugen dessen, was wir von Jesus sagen. Und wir sagen, er hat unglaubliche Macht und er wird wiederkommen. Matthäus ist so begeistert von diesem Augenblick und sagt, und er wurde verwandelt und sein Angesicht war wie das der Sonne und seine Kleidung war wie das helle Licht. Nun, die Sonne, das ist etwas, was die Kinder, denke ich mal, schon verstanden haben oder wissen, man kann in die Sonne nicht reinsehen. Man verbrennt sich die Augen. Man kann lange nicht in der Sonne einfach so sein, weil man dann auch verbrennt. Wenn man in die Nähe der Sonne kommt, wird man ganz verbrennen. Man wird aufgelöst und je näher man kommt, wird es in alle Elemente, die es überhaupt nur gibt, aufgelöst sein. Es ist unmöglich, in der Nähe der Sonne zu überleben. Und genau das ist das Problem Gottes. Wenn er diese Sonne ist, denn Jesus war jetzt das, was er wirklich ist, er scheint und strahlt das ab, was er in der anderen Welt für uns sein wird. Dann hat Gott das Problem, dass in der Nähe der Sonne alle verbrennen. Und deswegen musste er Jesus schicken. Deswegen ist Jesus am Kreuz gestorben. Deswegen hat er jetzt das Recht, die anderen in die Sonne zu verwandeln. Und wenn du ein Stück Sonne bist und er Sonne ist, ist das nicht mehr ein Problem, sondern es ist eher etwas Schönes. Wenn die zwei zusammenkommen, ist es schön warm. Und das ist die ganze Idee Gottes hinter der Rettung der Menschen. Wenn er Sonne ist, will er dich verwandeln in die Sonne. Nun, die sehen dort die zwei anderen noch. Er hatte damals Mose und Elia gesehen. Sie haben sie sofort erkannt. Und sie wussten schon, wer Mose war. Mose stand für das Gesetz. Mose war der einzige Prophet, jemals, der Gesetz gemacht hat. Der hat es gegeben. Kein anderer Prophet hat es je mehr gemacht. Er war der einzige Prophet, der mit Gott von Angesicht zu Angesicht dort vor dem Thron der Bundeslade gesprochen hat. Und Gott selbst sagt, wie einem Freund. So habe ich mich mit ihm unterhalten. Er war der Einzige, der solche Wunder getan hat, wie kein Mensch jemals auf dieser Erde, wie wir uns gar nicht vorstellen können, wie so etwas möglich ist. Gigantische Wunder, Tag für Tag für Tag. Nicht nur die zehn Großen, sondern jeden Tag. Sie hatten Brot und sie hatten Kleidung und vieles, vieles mehr. Er war der einzige Prophet, der von Mose, von Gott selbst beerdigt worden ist. Von keinem anderen hören wir das. Aber im fünften Buch Mose lesen wir, Gott hat ihn selbst beerdigt. Er war der Prophet, der auf Jesus hingewiesen hat. Dann sagt er im fünften Buch Mose, Kapitel 18, 15, sagt er, einen Propheten wie mich wird der Herr, dein Gott, erwecken aus deiner Mitte, aus deinen Brüdern, auf ihn sollt ihr hören. Das war der Zeigerfinger, Fingerzeig auf Jesus. Er wird kommen. Da war Elia noch, der zweite Prophet. Elia war für diese Menschen etwas ganz Besonderes. Er war der einzige Prophet, der sehr gemütlich in einer brennenden Kutsche in den Himmel gefahren ist. Er ist nie gestorben. Er wird der einzige Prophet sein, der ganz zum Schluss aller Welten zurückkommen wird und vieles in Ordnung bringen wird, wie Jesus es sagt. Malachi, der letzte Prophet, die letzten paar Verse, die aller, allerletzten Worte des Alten Testaments, so schließt das das Alte Testament ab, sagt, an dem großen und an dem furchtbaren Tag des Herrn wird er kommen und wird vieles in Ordnung bringen. Er, Elia, läutet das Ende aller Zeiten an. Und diese beiden unterhalten sich über den Ausgang, den Jesus in Jerusalem finden wird. Ein erstaunliches Thema und offensichtlich hört Petrus das mit und er versteht, dass es dort um einen Exodus, den Ausgang geht. Das ist das gleiche Wort, das verwendet wird, wo Mose das ganze Volk herausgebracht hat, es gerettet hat von der Sklaverei der Sünde. Es wird dieses Ende sein, wo Jesus, nachdem er auferstanden ist, seine Gemeinde herausführt. Und irgendwann mal hat er den Propheten gelesen, in seiner eigenen Stadt, war das nicht so, dass er diese Rolle aufgetan hat und damit seinen Dienst eigentlich angefangen hat. Es ist ein Gnadenjahr des Herrn, liest er vor. Gefangene werden befreit. Das ist der Exodus, über den sie sich dort unterhalten. Petrus ist so hin und weg, dass er sagt, das ist, womit ich es beweisen werde. Jesus hat die Macht. Und wenn euch das nicht reicht, in diesem Augenblick sprach Gott selbst, der Vater. Und er bringt den zweiten Zeugen da rein. Er sagt, wenn das nicht ausreicht, Gott selbst, und wir haben es auch wiederum gehört, und interessant, wie er das formuliert, und diese Stimme hörten wir vom Himmel her ergehen, das wiederholt er sehr, sehr explizit. Das war etwas ganz Besonderes. Gott selber sprach, das ist mein geliebter Sohn. An dem ich wohlgefallen habe, hört auf ihn. Gott liebt seinen Sohn, er sagt, das ist sein Wohlgefallen, das ist seine Ehre, seine ganze Ehre. Und wenn Gott, der Höchste in dem gesamten Universum, sagt, er hat jetzt das Wort, dann hat er die Macht. Der das Wort hat, hat die Macht. Gott Vater übergibt ihm die Macht. Jesus hat Macht und er wird wiederkommen. Dreimal gab es diese Stimme, zumindest in den Evangelien zu lesen, dass Gott selbst als Vater ihn bestätigt. Bei seiner Taufe, Bier auf dem Berg und als er dann als großer König empfangen wurde in Jerusalem und wenige Tage danach ans Kreuz genagelt wurde. Gott hat sich offenbart und als Zeugnis gesagt, das ist mein Sohn. Also es waren jetzt die Apostel, die bezeugt haben, die Herrlichkeit Jesu, seine Macht und er wird wiederkommen. Es war der Vater selbst, der die Macht Jesu bezeugt hatte und er sagt, wenn das nicht reicht, ihr habt Mose und die Propheten, die Schriften. Und er bringt dann dieses Beispiel. Und so halteten wir nun fest an dem völlig gewissen prophetischen Wort, als auf ein Licht, das an einem dunklen Ort scheint, bis der Tag anbricht und der Morgenstern aufgeht in euren Herzen. Dabei solltet ihr vor allem das erkennen, dass keine Weissagung der Schrift von eigenmächtiger Deutung ist. Also nichts ist selbst entstanden, dass sich jemand das ausgedacht hat. So anders formuliert. Denn niemals wurde eine Weissagung durch menschlichen Willen hervorgebracht. Es war nicht eine Erfindung der Menschen, sondern vom Heiligen Geist getrieben, haben die heiligen Menschen Gottes geredet. Es kommt von Gott. Zusammengefasst war es für ihn jetzt etwas, was den letzten Punkt setzt. Also wenn es nicht ausreicht, dass wir alles gesehen und miterlebt haben, dass Gott der Vater selbst spricht, dann hört auf die Schriften. Und wir erinnern uns, was die Geschichte bei Lazarus sagt. Wenn sie auf Mose und die Propheten nicht hören, werden sie noch nicht mal hören, wenn einer auf dem Toten aufersteht. Und interessant ist, womit er das begründet. Wir merken uns das Wort Licht. Und er sagt, dieses Wort, das ist für euch wie so eine Taschenlampe auf dem Wege und sie wird euch den Weg zeigen. Interessant, dass wir das auch schon in den alten Büchern, in den Psalmen zum Beispiel, lesen. Psalm 119, 104 oder 105. Dein Wort macht mich klug, darum hasse ich alle falschen Wege. Es geht hier um falsche Lehrer. Falsche Lehren, die reingebracht werden und die abwandeln wollen. Bestgedachte Menschen, die wirklich von ganzem Herzen Jesus lieben werden, abdriften, wenn sie nicht wissen, was ist das Fundament, was ist die Wahrheit. Und das nächste, Psalm 119, 105, den kennen wir aber alle. Dein Wort ist meines Fußes leuchtet und ein Licht auf meinem Wege. Wir haben uns mal mit einer alten, alten Frau auf Mallorca unterhalten. Sie war Bergführerin und sie hat uns dann so ein bisschen erzählt, wie sie überhaupt nach Mallorca kam. Sie war Dänin und ist dann dort halt lange Zeit gewesen, hatte immer wieder Gruppen in die Berge geführt und es war faszinierend dann zu hören, dass sie sehr, sehr scharf wurde, wenn es zur Dämmerung kam und die Leute sich nicht beeilt haben. Die haben ja die Natur dort schauen wollen. Dann hat sie sich sehr scharf runtergegangen, weil sie sagte, sobald es dunkel wird, werdet ihr dort übernachten, wo ihr gerade steht und ihr dürft euch nicht einen Schritt bewegen. Nun für mich war das so ein bisschen, ja man kann auch übertreiben, weil in Mallorca, ihr wisst also, so große Berge gibt es dort nicht. Wir sind aber dann selber, ja mit meiner Familie, sind wir dann auf einen Berg hoch, ganz früh morgens, um den Sonnenaufgang zu betrachten. Das war für uns nicht so schwierig. Wir sind den Bergziegen so entlang gegangen und diese Bergpfade da von den Ziegen erarbeitet, die sind schon sehr, das sind Ideallinien. Also wenn du da entlangläufst, ist kein Problem. Runterlaufen haben wir aber gesehen, was sie meinte. Denn du gehst an diesen schmalen Rücken entlang und dort geht es dann zwei, drei Meter. Es ist nicht so tief, aber danach geht es schräg und noch mal tiefer und noch mal tiefer. Das heißt, wenn du einmal ausrutschst, wirst du wahrscheinlich das Ganze entweder nicht überleben oder mit viel, viel Verletzungen davon kommen. Und dann erst merkst du, was das bedeutet, dass wenn du kein Licht auf dem Weg hast, in der Dunkelheit, hast du keine Chance. Du wirst abweichen, du wirst verletzt werden, du wirst vielleicht umkommen. Und genau das sagt Petrus hier. Er bringt dieses Beispiel, deswegen hören wir darauf. Und deswegen ist das wie ein Licht. Das ist so, ich sage mal, die Weisheit eines Bergsteigers, wahrscheinlich so die Sicherheitsvorschrift, die in jedem Handbuch steht. Nehm dir eine Taschenlampe mit. Kann was passieren. Und genau das sagt er hier noch einmal den Gemeinden. Genau das sagt Petrus für uns. In den Schriften werdet ihr die Wahrheit finden. Und die Wahrheit wird euch freimachen. Jesus selber hat das irgendwann mal erwähnt. Interessanterweise auch da wollten sie ihn gerade umbringen. Und er hat dann so die Beweise gebracht und sagte dann in Johannes 5, Vers 39, ihr erforscht die Schriften, weil ihr meint, in ihnen das ewige Leben zu haben. Und wenn wir die Juden kennen, da gab es die Schriftgelehrten. Die haben ihr Leben lang gelernt, wie man die Schrift liest, das Alte Testament, vor allem die fünf Bücher Mose und so weiter. Sie haben da nach dem Leben gesucht, sagt Jesus. Sie suchten, wie sie überleben können. Der sagt, und sie sind es, die von mir zeugen. Und doch wollt ihr nicht zu mir kommen, um das Leben zu empfangen. Und das Wort wurde Fleisch und es war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Das hat Johannes von ihm gesagt. und das Allermeiste, was uns jetzt daran wichtig ist, wo ist die Wahrheit zu finden? Denn er wird wiederkommen, das ist so sicher. Er hat alle Macht der Welt, das ist so sicher. Er wird richten, wenn er wiederkommt, das ist so sicher. Lukas 21, die Verse 25, da hat Jesus selber erzählt, was passieren wird, wenn er jetzt zum zweiten Mal kommt. Noch habt ihr Zeit, aber es wird zu Ende gehen. Und es werden Zeichen geschehen an Sonne und Mond und Sternen und auf der Erde Angst der Heidenvölker vor Ratlosigkeit bei dem Tosen der Meere und der Wogen, da die Menschen in Ohnmacht sinken werden vor Furcht und Erwartung dessen, was über die Erdkreise kommen soll. Denn die Kräfte des Himmels werden erschüttert werden und dann werden sie den Sohn des Menschen kommen sehen in einer Wolke mit großer Kraft und Herrlichkeit. Jesus hat die Macht und er wird wiederkommen. Wenn aber dies anfängt zu geschehen, so richtet euch auf und erhebt eure Häupter, weil eure Erlösung naht. Und jetzt bleiben die Fragen für uns übrig. Was machen wir mit diesen falschen Menschen, mit den Spöttern, für die das Gericht definitiv bereitet ist, beschreibt Petrus hier im zweiten Kapitel. Er sagt, Gott hat die Engel nicht verschont, seine Wesen, die ihn umgeben und hat sie für das Gericht aufbewahrt. Er sagt, er hat die Welt nicht verschont, er hat sie untergehen lassen, er hat Sodom und Gomorra nicht verschont. Was wird er mit den Menschen machen, die so etwas tun? Das ist die Frage, die Petrus stellt. Die Frage für uns ist noch, was werden wir, wenn wir daran erinnert werden, darüber nachdenken, welche Macht Jesus hat. Jesus ist die Majestät, der ist zur Rechten, der Majestät Gottes. Der hat alles in der Hand, er kann jetzt regieren und er hat die Macht, dir die Ewigkeit zu schenken, seine Ewigkeit, den Thron zu geben, sein Erbstück zu geben. Er hat die Macht, es alles zu übergeben. Darum hat er gebetet. Kapitel 17 in Johannes. Was werden wir mit der Information machen, dass er die Macht hat, wiederzukommen? Und wenn er wiederkommt, werden alle, alle, die jemals gelebt haben, vor ihm niederfallen und er dann richten wird. Geht ein, verschwindet, geht dorthin, wo es Zähneknirschen geben wird. Das ist ein grausamer Tag. Der schreckliche Tag des Herrn wiederholt das Alte Testament immer und immer wieder. Jesus hat die Macht und er wird wiederkommen. Und die letzte Frage, die uns in dieser Sache beschäftigt, ist ja die Frage, ist er dein Herr? Petrus fasst es zusammen, das ist der Abschluss seines Briefes, den er jetzt als Abschied für seine Geschwister, für die Gemeinden schreibt, ist der. Dann und dies alles aufgelöst wird, die Welt und so weiter, die wird alles vergehen. Wie sehr solltet ihr euch auszeichnen durch heiligen Wandel und Gottesfurcht, indem ihr das Kommen des Tages erwartet und ihm entgegen eilt. Freut euch darauf, dass er kommt. Darum, Geliebte, weil ihr dieses erwartet, so seid eifrig darum bemüht, dass ihr als unbefleckt und tadellos vor ihm erfunden werdet, in Frieden. Der greift es nochmal auf, warum Jesus zögert. Er hätte ja schon kommen können, denn sie sagen ja, seit Ewigkeiten ist er nicht gekommen, wird er auch weiterhin nicht kommen. Und Ja, das ist der Text da drunter. Ich habe ihn gerade verloren gehabt, deswegen wollte ich ihn euch mitzeigen, was Petrus dazu sagt. Und das ist die Hoffnung, die heute noch herrscht. Das ist die Liebe Gottes, die alles, alles hergegeben hatte. Der Herr zögert nicht seine Verheißungen hinaus, wie etliche er es für hinauszögern halten, sondern er ist langmütig gegen uns, weil er nicht will, dass jemand verloren gehen, sondern dass jedermann Raum zur Buße habe. Es wird aber der Tag des Herrn kommen, wie ein Dieb in der Nacht. Dann werden die Himmel mit Krachen vergehen, die Elemente vor der Hitze sich auflösen und die Erde und die Werke darauf werden verbrennen. Aber noch ist es Zeit. Denkt da dran. Jesus kommt wieder in Macht und Herrlichkeit. Er hat die Macht und er kommt wieder ganz, ganz sicher. Ist er dein Herr? Das ist die Frage und deswegen sei dir sicher, er kommt. Sei dir sicher, dass er die Macht hat und bitte sei dir sicher, dass er dein Herr ist. Amen. Sollten wir vielleicht noch gemeinsam beten, dass ich ein Gebet mit uns spreche? Ja, steht bitte dazu auf. Danke, Danke, Herr, für dein Wort und für die Erinnerung auch durch Petrus und durch viele, viele andere Briefe, die du uns hinterlassen hast, dass du wiederkommen wirst. Du hast alles dort am Kreuz getan. Du hast die Erlösung geschaffen. Du hast das Recht uns geschaffen, in dein Ebenbild verwandelt zu werden, zur Sonne zu werden, zu dieser unendlichen Energie und Herrlichkeit, dass wir die Ewigkeit mit dir verbringen dürfen. Danke dafür. Danke, dass das alles die Realität ist und die Wahrheit ist, auf die wir uns wirklich, wirklich stützen sollten, denn du wirst wiederkommen und dann wirst du als Richter kommen. Danke, dass du uns dahin leitest und uns schenkst, auch die Kraft, dass wir in der Heiligung wachsen, in dein Ebenbild hinein wachsen, dass wir dir täglich ähnlicher werden und uns darauf freuen, dass du bald wiederkommst. Amen.